Herzlich Willkommen auf TerrassenLP zur Auslosung von dem ersten 10-Abo-Special und von dem 20-Abo-Special mit dem... Yay! Also wir haben reichlich an PNs angesammelt. Ja, also es waren eigentlich mehr, aber zwei durften wir nicht sehen, weil das sind eher KST wie zum Joghurt-TV. Die dürfen noch nicht mitsehen. Okay, also wen haben wir da alles? Wir feiern uns darüber. Ach ja, wir haben dann zum Schluss noch so abgesprochen, dass jeder aus der Community mitmachen darf. Okay, das heißt, die machen wir. Wir machen es jetzt nicht so spannend, wie ein Sekunden. Drum, 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 drum. Wir haben den Tag noch auf unserem Channel verlinkt und du wirst einen Ehrenplatz bei unserer Mitarbeiterliste mit halt einem bestimmten Aufgabenbereich Gewinner bekommen. Ja. Plus eine 10 Euro Paysafe Card, also 35. Abonnieren, wenn ihr unbedingt gewinnen wollt. Wie schon gesagt, wir können da nichts entscheiden für Falsgenerator. Daumen hoch und runter ist diesmal aus, weil das nichts mit Bewertung zu tun hat. Schreibt doch einfach in die Kommentare, was ihr euch für Let's Plays wünscht und so weiter und so fort. Also, ansonsten noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.